hallo und willkommen zurück subnautica below zero spielen wir heute und wir wollen einen weiteren guide machen heute geht es tatsächlich wieder um unsere sehbahn hier ihr seht die ist ganz einsam heute unterwegs das habe ich aber heute nur so gemacht damit wir ein wenig wendiger und schneller unterwegs sind wir wollen ein weiteres modul für die sehbahn finden und zwar das docking modul das heißt mit dem können wir dann tatsächlich sogar unseren krebs überhörl hin mitbringen cooles teil also und das wollen wir heute suchen wir starten hier an der station delta bzw an dem anleger davon 700 meter von unserem zero point und wir wollen uns richtung osten begeben von station delta vom anleger straight nach osten und kleines stück ist nicht weit wir wollen hier einmal durch das bio mit den pinken fontänen hier durch passt ihr auf es gibt hier tatsächlich ein paar räuber die euch und eurer sehbahn ein bisschen probleme bereiten können von daher ein vorsichtig sein umschauen vielleicht habt ihr auch schon das perimeter abwehrsystem dabei das hilft hier so folgt einfach jeder klippe immer kurs ost grob halten damit macht er nichts falsch und wenn alles klappt kommen wir hier an so eine unfallstelle die jetzt gerade erst auftaucht hat ein bisschen gebraucht auch hier gibt es ein paar module das sind aber tatsächlich nicht die die ich aktuell suche solltet ihr aber auf jeden fall mitnehmen wenn ihr sie noch nicht habt so wir folgen jetzt hier der klippe und dem weg hier richtung nordosten und dann macht das hier einen kleinen drop geht hier steil runter und da hinten seht ihr schon ein potenzielles modul teil wir schauen uns das mal an das ist das schlafabteil nein das suche ich nicht das ist aber auch klar denn eigentlich wollen wir noch tiefer nehmen das aber mit wenn ihr das noch nicht dabei hat nein wir wollen hier diese klippe woran erkennt ihr diese klippe in die wir reintauchen wollen an diesem schönen frackteil was da hinten liegt wenn ihr das habt dann seid ihr richtig dann könnt ihr ja einfach runter gehen in die tiefe ihr braucht also tiefen modul für eure seebahn mainz reicht 300 meter das sollte ausreichend sein und ja hier in diesen etwas tieferen gefilde wo aber auch immer noch diese pinken fontänen ja hoch schießen da seid ihr absolut richtig und hier solltet ihr euch umschauen ich bin schon zu tief hier gibt es so eine alien station und um die herum sind eben diese fragmentteile zu finden schaut euch also hier in diesen kanalen etwas um und ihr werdet bestimmt fündig da sehe ich glaube ich schon etwas sie waren doch abteil das ist genau das was wir haben wollen da ist unser erstes modul und wenn ihr weiter taucht dann solltet ihr auch noch genügend weitere finden ich schaue jetzt mal ich mache das glaube ich doch in unserer seebahn es geht hier noch mal tiefer wie ihr gesehen habt ich glaube aber tatsächlich die volle tiefe müssen wir gar nicht ausnutzen sondern wir müssen uns hier nur ein bisschen umschauen es geht hier nämlich auch noch in die andere richtung ihr wisst je nachdem bei euch können die auch an einer etwas anderen position liegen die teile aber im grunde sind die hier in diesem spalt zu finden das ist nummer zwei vielen dank einer geht noch ich folge dem ganzen ding hier mal wieder ein bisschen hoch übrigens auch ein cooler spot um wickelpilze zu finden falls ihr die noch nicht habt die braucht ihr für die verbesserten fasern ich weiß gar nicht wie die heißen auf jeden fall für diese fasern sind die nicht verkehrt okay ich glaube wir sind für nicht geworden das sieht gut aus seebahn dock abteil fragment nummer drei damit ist der bauplan am start und ihr habt eine weitere ergänzung für eure seebahn schauen wir uns doch gleich mal an da ist sie platzstallbarren erweiterter kabelsatz und drei blei das ist absolut machbar und wenn ihr das ding habt könnt ihr nacht lust und laune hier euren krebs dranhängen und dann könnt ihr den überall hin mitnehmen ja ich hoffe das hat euch geholfen und ihr seid fündig geworden mit euren drei fragmenten für das docking abteil modul und wenn ja lasst ein like da abonniert den channel und dann sehen wir uns beim nächsten mal hier bei subnautica below zero bis dahin und tschüss ein ein eu Vielen Dank.